Manch, manch? Frostbite, Bitch. Okay. Ja, dass ich gebissen werde, wenn ich auf Mancher treffe, das... kenn ich ja schon. Ich vermisse den schönen Drehsprung. Nicht den hier. Den, mit dem man so ziemlich auf allem rumhüpfen konnte. Auf jedem Gegner mit Stacheln. Schieß mich in die Lüfte. Da oben sieht es so aus, als ob es was gibt. Ah! Haha! Ähm, hey! Toll. Ich muss einfach wieder zurückgehen hier. Schaffe ich das? Yes! Yes, yes, yes! Sehr schön. Okay, weg mit dir. Gibt es hier oben irgendwas? Eine Münze vielleicht? Oder auch nicht. Nein, schade. Ähm, ich verstecke mich mal hier unten. Yay! Ah, sehr gut. Wow. Gut, dass ich die Orangenblöcke schon habe. Sehr, sehr praktisch. Ansonsten, ja, Lila gab es noch. Also, wir haben noch ein bisschen was zu erledigen. Sind ja auch erst in Welt 5. Ich hoffe ja auf noch viele, viele Nebenwelten. Ähm, die versucht sich zu befreien. Das ist doof. Das will ich nicht. Deswegen helfe ich ihr, indem ich sie umbringe. Ach ja, Mario, du bist so böse. Da unten kann man laufen. Hey, da kann man... Wenn es hier schon einen Koopa-Panzer einfach so gibt, dann nehme ich den auch mit. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Was mache ich damit? Ähm. Fährt doch alles möglich runter, oder? Na, nicht alles mögliche, aber... Gar nichts. Super. Oh! Ähm. Nee, das hilft mir gar nichts. Also, rauf. So. Und Feuer! Na, Mario aus allen Rohren sieht aber anders aus. Aus allen Röhren feuern wir. Ja, gut. Das sollte reichen. Gut. Punktlandung. Okay. Ja, Entscheidung. Entscheidung. Hm. Ah. Ich will links. Äh. Gut. Es gibt... Na, musst du mal... Eine Münze! Okay. Zweite Entscheidung. Mitte. Es gibt... Zwei Münzen! Wuhu! Ich glaube, ich habe zweimal den Zong bekommen. Schade eigentlich. Naja. Das geht garantiert besser. Ja, es sind überall nur Münzen drin. Hm. Nehmen wir hier einen mit? Einen Pinguin? Irgendwie... Fehlt mir... Ja. Eine große Münze. Das war nicht schlau. Ich glaube... Ich könnte meine Feuerblume noch gebrauchen. Also gehen wir mal hier rein. Feuerblume! Das ist keine Feuerblume. Na gut. Egal. Ah, hier oben. Irgendwas. Ähm. Ich glaube, ich habe sogar zwei Münzen vergessen. Oh, nein. Es geht hier noch weiter. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Stimmt. Wir haben noch keine Manchas gesehen. Mancha! Manch, manch. Was kriegen sie zu fressen? Schnee. 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 Und nichts als Schnee. Ist ja klar, dass sie Hunger haben. Ähm. Ja. So nicht. Nicht mit mir. Zack. Bumm. Bumm. Nö! No! Yes! Ähm. What the fuck? Mh! Ähm. Ich hoffe... Nein! Nein! Ich konnte nicht springen. Ich konnte nicht springen, weil es nicht genug Platz gab. Uah. No! Ähm. Ich stehe ein bisschen allein auf dem Feld. Hilfe, Bowser! Hilf mir! Nein! Mh! Ähm. Ja? Ich bin nicht gut in Kaiso! Ich... Ich hab das zwar mal angefangen, aber nie beendet. Raaaaaah. Das wäre auch genial, wenn es hier einen Kaiso-Level drin geben würde. Also ein richtiges... Für alle Leute, die nicht wissen, what the fuck? Wovon redet der schon wieder? Hat der wieder irgendwelche Drohungen genommen? Nein. Ähm. Kaiso ist japanisch und heißt mehr oder weniger Arschloch. Nicht direkt, aber... Ja, das ist... Sagen wir mal, die Bedeutung ist ja nah dran. Äh. Okay. Ähm. Gut. Da kommen wir doch irgendwie durch. Oder? Ja, da. Gut. Und... Das sind... Modifizierte Mario-Spielchen. Die ein bisschen... Fies... Das ist, glaube ich, eine gute... Ein gutes Wort, um das Ganze zu beschreiben, sind. Oh, 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 und... Nein. Hä? What the fuck? Was ist das denn? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn da unten... Boden ist. Naja. Wir versuchen es nochmal. Obwohl ich glaube, dass ich trotzdem eine Münze übersehen habe. Eine Münze. Eine. Tja, wie macht man es ansonsten? Vielleicht ein bisschen versetzt? Oh, oder ich spawne die ganzen... Äh... Die Blöcke einfach früher, indem ich vorne stehe. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So, im Zweiten war... Abgräte drin. Sehr gut. So, nach vorne. Ganz nach vorne. Ops. Äh! Äh! Nein! Schon wieder selbe Müll. Okay, das ist also eine Münze, die ich dann... Wahrscheinlich noch irgendwann später machen werde. Aber jetzt nicht. Nein. Kommt noch. Yay. Jippieho. Es ist einfacher. Ja, mit Plattform. Wer hätte das gedacht? Na, Münzen. Ganz klar. Okay, da wäre man dann rausgekommen. Die zweite haben wir gar nicht gesehen. Sehr merkwürdig. Naja, beim nächsten Mal. Das ist sehr schön, dass mir immer die Gegner hier vorgestellt werden. Das ist praktisch. Ähm. Hm. Geht es hier links weiter? Ich glaube mal nicht. Das sah nicht wirklich da noch aus. Hier wieder ein Pinguin-Level. Also, wo ich selbst Pinguin bin. Der ging glatt durch. Autsch. Ja. Dann will ich nicht drunter stehen. Tut wahrscheinlich etwas weh. Wait. Okay. Wir haben zwei gefrorene Röhren. Eine einfach und eine doppelt gefroren. Äh. Ich will in die rote. Okay. Es geht in die rote. Ich komme aus einer gelben heraus. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt absolut keinen Sinn. Ähm. Okay. Ich dachte mir, wo ist der Pfeil da? Und offensichtlich kein Grund. Ähm. Moment. Ist hier vielleicht eine Münze versteckt? Das wäre natürlich fies. Ähm. Ja, ein Seitlichtes zu machen ist nicht so schwer. Aber. Na. Oh. Toll. Sehr schön. Es sieht nicht danach aus. Außer müsste man es, glaube ich, sehen, oder? Ah. Da oben. Sehr gut. Okay. Da rechts unten war wahrscheinlich noch irgendwo ein Leben, aber. Hey. Who cares? Wir haben 92 von den Teilen. Ähm. Ja. Suizid. Kupas. Schlau genug sich... Der war... Der war schlau. Schlau genug sich... Einen Mantel anzuziehen, aber nicht schlau genug. Ja. Also eine Schlucht zu vermeiden. Ihr habt Weihnachtsmützen auf. Ihr seid nicht der Weihnachtsmann. Also verdient ihr den Tod. Ja. Genau. Wie alle anderen Leute, die sich generell als Weihnachtsmänner verkleiden. Logisch. Ähm. What? De... Echt? Was? Ich will durch. Ähm. Okay. Ich brauche einen Koopa. Nein. Oh je. Sie begehen Suizid. Damit ich nicht weiterkomme. Das nenne ich mal Aufopferung. Und durch da. Hm. Okay. Ja, schade. Keine Kombo. Oh. Oh. Doch. Beim Rückwärtsfahren. Ein Pil... Äh. Kein Pilz für mich. Mittelpunkt. Mittelpunkt. Sehr gut. Hm. Geht's hier um weiter. Äh. Ich will da rein. Warum auch immer. Die gibt's bestimmt. Schokolade. Viel Schokolade. Ja. Schokolade. Ich hab keine Schokolade mehr. Das ist... Schlecht. Keine Schokolade und kein Eis mehr. Ich muss unbedingt zum Supermarkt. Das ging weiter, als ich gedacht hätte. Äh. Warte. Moment. Das kriegen wir hin. Ja. Nee. Fast. Das war dumm. Hm. Das wird immer besser. Okay. Okay. Ganz ruhig. Ja. 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 Fast. Haha. Sehr gut. Okay. Wie ich mich selbst globe. Ja. Ja. Selber auf die Schulter klopf. Oh. Puh. Da will ich fast drauf gehen. Wer stellt mir diese Eisbarrieren in den... Na. Ach stimmt. Ich kann die Dinger ja doch heben. Ah. Schlau. Ich bin so schlau. Ähm. Rein da? Rein da. Nicht rein da. Und hier unten gibt's ein. Leben. 93. Okay. Ah. Ah. Super. Sehr schön. Ähm. Tja. Hier oben geht's definitiv weiter. Alter. Das war jetzt wirklich versteckt. Total. Und so. Yay. Puzzle. Selbstauflösende Puzzle sind toll. Irgendwie hätte ich da mehr erwartet. Naja. Hm. Schaffen wir's noch? Abkürzung. Hehe. Oh no. Ähm. Oh. Geh heimgang. Uhuh. This way. Da bin ich ja mal gespannt, wo's lang geht. Wir sind kurz vor dem Schloss. Also. Ja. Wird's. Irgendwo zu nem speziellen. Großen Riesenhöhle. What the fuck. Gucken wir mal rein. Riesengroße. Wow. Oh. What. Was. Hahaha. Ähm. Ich hab ja früher die drei Fragezeichen gehört. Aber das sind dann doch ein bisschen viele. Eins. Zwei. Drei. Nier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zehn. Zwischen. 14 Fragezeichen. Eine. Also wenn das keine geheime Welt ist, dann weiß ich auch nicht. The Red Switch Palace. Ah. Der rote. Schalterpalast. Warum auch immer man Schalterpaläste baut. Ja. Irgendwo einen Schalter hinsetzen. Ein Palast. Ähm. Den kann man doch bestimmt irgendwie. Hehe. Sehr schöne Farben. Finde ich super. Ich mag den weißen. Und den blauen. Und der orange sieht gut aus. Und der schwarze, den finde ich auch gar nicht ganz nett. Ähm. Ah. Ich nehme hier einen. Ja. Und mach dann diesen hier. Lauf Mario. Pff. Ein Leben. Ist ja wenig. Na gut. Pff. Hehe. Mario in seiner schönsten Form als Waschbär. Wuhuuu. Wuhuuu. So. Da hätten wir dann Rot. Da fehlt nur noch Lila oder so. Ich hätte hier eher Lila erwartet. We don't save. Kann ja immer mal was passieren beim Aufnehmen. Also wenn das keine geheime Geheimwelt ist, dann weiß ich auch nicht. Geheim. Ich hab nicht oft genug Geheim gesagt. Geheim, 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 geheim Welt. Das ist mal sehr merkwürdig. Okay. Snowfall Peak. Die zweite. Und diesmal können wir durchlaufen. Schade, dass das kein schönes Level fürs Durchlaufen ist. Schlau. Nein. Ist ja egal. Lauf Mario. Ähm. Autsch. Sieht immer noch schmerzhaft aus. Ganz ehrlich. Tja. Wer ist in gelb reingegangen? Nur mal gucken. Nein. Wer ist nicht. Okay. Ähm. Ich wollte dich als Sprungplattform benutzen. Nutzenlose Koopas. Ganz ehrlich. Hey. Hey. Und rüber hier. Ich bin ja mal gespannt, was denn da noch so in dieser Geheim-Geheim-Welt ist. Da sie ja hier in der Nähe ist, müsste man eigentlich irgendwie da hinkommen. Ähm. Sprungtaste klemmt. Sehr schön. Ich muss sagen, ich spiele mit meinem ältesten Controller gerade. Also nicht mit dem goldenen, den ich mal bei, äh, beim Zelda-Woo-Spiel dazu bekommen habe. Bei der Collectors Edition. Sondern mit dem allerersten, den ich auch am meisten gebraucht habe. Und ja. Also er hat keine, äh, er hat keine Beschriftung mehr. Bis auf das Kreuz. Also auf dem Kreuz sind immer noch alle Striche komplett. Aber ich habe keine Eins und keine Zwei mehr. Was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, weil, äh, pfff. Wozu? Das Plus sieht man noch ein bisschen. Und den Home-Channel. Das ist noch blau. Aber der Rest ist weg. W Deswegen. Würd. W erklären. Wabul. Fiction. W구� banco.